Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Graberpflicht anzunehmen bei Rendell in Revendreth an dieser Position. ForQuest war echte Drecksarbeit. Solltet ihr weitere Fragen haben zu ForQuest oder ForgeQuest schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Quest Reihen am Stück aufgenommen habe. Nun soll man Graber ausgrabbern und hier kann es zu einem Bug kommen. Die Quest aktualisiert sich, da heißt es Graber auf den Schutthaufen geworfen. Wenn man aber zu diesem Schutthaufen läuft, kann es sein, dass so ein extra Knopf nicht auftaucht. Eventuell passiert das nur, wenn in diesem Gebiet eine Weltwest ist. Sollte bei euch dieser extra Knopf nicht auftauchen, dann müsst ihr eventuell einen zusätzlichen Graber looten. Dann müsst ihr zum Teil mehrmals anklicken, bis er bei euch in den Händen landet und dann lauft ihr hier zu diesem Schutthaufen und benutzt den extra Knopf. Nun heißt es Graber verteidigt. Jetzt kommen Gegner, die darf man töten. Noch ein kurzes Wort zu den erwähnten Videos, ich glaube das habe ich noch nicht erwähnt. Bei denen habe ich in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quest angenommen habe. Ihr könnt also direkt zu gesuchten Quest springen oder zum gesuchten Unterwelt fort, ohne euch lange durchflicken zu müssen. Ich hoffe ich habe mich jetzt nicht wiederholt. Falls doch, doppelt hält besser. Sagen wir es mal so. So, ich habe außerdem eine Facebook-Seite. Auf der poste ich das öfter, was ich bald aufnehme oder was als nächstes ansteht. Ihr dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ederstein der Bindung. Jetzt darf man hier bei diesem Schutthaufen, also wo der Schutthaufen war, dieses Säckchen benutzen und dadurch bekommt man diesen Ederstein der Bindung. Quest ist jetzt bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Randall in Revendreth an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte sein Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke Ende